Alle Jahre wieder heißt es heute bei uns und gewissermaßen deuten wir damit auch ein wenig die Vorweihnachtszeit ein, allerdings in einem wenig erfreulichen Sinne. Die treuen Zuschauer unter euch werden das Thema wahrscheinlich schon kennen. Es soll auch heute wieder um die Marke Black Friday gehen und hierzu möchte ich euch gerne auf den aktuellen Stand bringen. Hallo mein Name ist Kilian Kost und in unserer Kanzlei bin ich der Experte für das Wettbewerbs- und das Markenrecht und um letzteres soll es heute in unserem Video gehen. Ja der Black Friday naht mal wieder am 27.11., also am letzten Freitag im November, ist es auch bei uns wieder soweit. Vor allen Dingen im Online-Bereich wird dann das Vorweihnachtsgeschäft oder das Weihnachtsgeschäft eingeläutet durch zahlreiche Rabattaktionen und die dann häufig inzwischen auch bei uns unter dem Schlagwort Black Friday beworben werden. Was vielen mittlerweile bekannt ist, manche vielleicht auch noch nicht so, über diese Bezeichnung, um diese Bezeichnung wird seit Jahren markenrechtlich gestritten. Denn schon 2013 hatte ein Unternehmen aus Hongkong die findige Idee, das mal als Wortmarker beim DPMA, also dem Deutschen Patent- und Markenamt, für Deutschland registrieren zu lassen. Interessanterweise ist im selben Jahr eine Markenanmeldung auf europäischer Ebene beim EUIPO gescheitert, eben wurde die Anmeldung zurückgewiesen. In Deutschland existiert die Marke allerdings seitdem und seitdem wird auch darum gestritten. Wie gesagt, die Anmeldung wurde über ein Hongkonger Unternehmen vorgenommen. Als angeblich exklusive Lizenznehmerin tritt seitdem allerdings die Black Friday GmbH aus Wien in Österreich auf. Dieses Unternehmen hat auch Anfang diesen Jahres zwei neue Versuche unternommen, sowohl in Deutschland als auch auf europäischer Ebene, die Wortmarke Black Friday erneut sehr umfassend anzumelden. Beide Verfahren befinden sich allerdings seit Februar im Prüfstatus. Da steht wohl zu erwarten, dass die Markenämter erst die weitere Entwicklung abwarten werden. Ja, soweit eigentlich im Wesentlichen nichts Neues. Bereits im letzten Jahr haben wir euch an gleicher Stelle in einem Expertenvideo, was wir gerne auch am Ende hier nochmal verlinken, darüber berichtet, dass beim DPMA zahlreiche Löschungsverfahren anhängig gemacht worden sind in den letzten Jahren. Darunter auch namhafte Marktteilnehmer wie Puma, die eben die Löschung der Wortmarke Black Friday beantragt haben, wegen Verletzungen absoluter Schutzhindernisse. Also die haben dem Markenamt so gewissermaßen zum Vorwurf gemacht, dass da eklatante Dinge bei der Anmeldung übersehen worden sind, nämlich dass ein Freihaltebedürfnis für sonstige Marktteilnehmer an dieser Bezeichnung bestanden hat und die Marke deshalb auch wiederum zu löschen sei. Das hat das DPMA dann Ende letzten Jahres auch in der Tat beschlossen. Die Marke sollte für sämtliche Waren und Dienstleistungen, für die sie da eingetragen worden ist, wegen Verletzungen absoluter Schutzhindernisse gelöscht werden. Wie wir euch aber auch schon im letzten Jahr mitgeteilt haben, war die damit einhergehende Vorfreude bei manchem ein wenig verbrüht, denn die Entscheidung war zum damaligen Zeitpunkt als zum letzten Black Friday noch nicht rechtskräftig. Das hieß, die Marke war immer noch wirksam eingetragen im Register und es galt sie insoweit auch zu beachten und in der Tat hat dann auch die Markeninhaber ein Rechtsmittel zum Bundespatentgericht gegen die Entscheidung des DPMA eingelegt und die Entscheidung ist dann im Frühjahr diesen Jahres gekommen. Das Bundespatentgericht hat dann in seiner Entscheidung Anfang des Jahres relativ ausführlich dargelegt, dass man das Ganze etwas differenziert betrachten muss und dass die Vorfreude wahrscheinlich auch verfrüht gewesen ist, denn nach der Ansicht und der zutreffenden Ansicht des Gerichtes ist zunächst einmal auf die Verkehrsauffassung zum Zeitpunkt der Markenanmeldung abzustellen. Also 2013, was hat der Verkehr damals unter der Bezeichnung Black Friday verstanden? Und da war es aus Sicht des Gerichts zumindest nicht durch die Löschungsverfahrensführer nachgewiesen worden, dass da schon wesentliche Verkehrsteile Rabattaktionen oder den Black Friday aus den USA, dass denen schon ein Begriff gewesen ist, sondern dass sie vielleicht allenfalls den Börsencrash vom Anfang des letzten Jahrhunderts im Blick oder im Kopf dabei hatten, nicht aber eben solche vor allen Dingen Online-Rabattaktionen. Die einzige für Rabattaktionen in Bezug auf Elektro- oder Elektronikartikel, da hat das Bundespatentgericht das in der Tat wiederum anders beurteilt und gesagt, ja sowas gab es ja schon 2013 und für diesen Bereich ist der Entscheidung dann des DPMA zur Löschung der Marke auch zuzustimmen. Insoweit soll dann auch nach dem Beschluss oder der Entscheidung des Bundespatentgeräts die Marke Black Friday gelöscht sein. Das würde natürlich wesentliche Teile oder wesentliche Marktteilnehmer schon ganz gut helfen, wenn die Marke in Klasse 35 für diesen Dienstleistungsbereich dann ausgenommen wäre und eben keinen Schutz beanspruchen könnte. Für alle anderen Marktteilnehmer, die aber eben andere Waren oder Dienstleistungen unter dem Schlagwort Black Friday bewerben wollen, würde die Marke nach der Entscheidung des Bundespatentgerichts erstmal weiter Bestand haben und würde dann auch dazu führen, dass da ein Exklusivrecht dran besteht und eben dieses, das Vorgehen der Black Friday GmbH insoweit auch legitimiert sei. Ja, das Bundespatentgericht hat auch wiederum Rechtsmittel gegen seine Entscheidung zum BGH zugelassen oder zum Bundesgerichtshof, eine Rechtsbeschwerde, die wohl auch zwischenzeitlich anhängig gemacht worden ist. Insoweit hat das Ganze aufschiebende Wirkung, das heißt die Marke ist auch nicht in Teilbereichen derzeit gelöscht, sie hat volle Wirkungskraft und all diese Beurteilungen des DPMA und Bundespatentgerichts können höchstens als Indizwirkung erstmal herangezogen werden. Grundsätzlich ist es so, nach der Registerlage ist die Marke nach wie vor in dem Umfang, wie sie auch 2013 angemeldet wurde, existent und gilt zu beachten. Ja, nach derzeitigen Stand und insbesondere im Hinblick auf den jetzt kommenden Black Friday gilt es also klar zu sagen, die Marke gilt und gilt es zu beachten und Marktteilnehmer können eben nicht unter Berufung auf das DPMA oder auf das Bundespatentgericht die Bezeichnung Black Friday hier reinen Gewissens nutzen und zwar auch losgelöst davon, ob es sich jetzt um Elektronikartikel handelt oder nicht. Also da hat es auch einige Verwirrungen gegeben, eben aufgrund der Entscheidung des Bundespatentgerichts. Aber derzeit ist der Stand eben so, dass selbst in Bezug auf die Waren, wo das Bundespatentgericht dem DPMA beigepflichtet hat und gesagt hat, ja die Löschung, die ihr da vorgenommen habt, ist korrekt. Selbst dafür gilt die Marke noch und gilt sie auch zu beachten und das führt natürlich zu ganz erheblichen Auswirkungen im Markt. Auch wenn wir der Auffassung sind, dass angesichts der Masse an Verwendungen im Markt, Verwendungen der Bezeichnung Black Friday, sicherlich nicht jeder einzelne dort angegangen wird und muss man ganz klar sagen, wenn man sich auf rechtlich sichere Seite derzeit begeben will, dann muss man auf diese Bezeichnung verzichten und muss sich dann behelfen mit Umgehungstaktiken, über die wir in unserem letzten Video auch schon ein bisschen berichtet haben. Also unbenommen ist natürlich eine Bezeichnung wie Black Sales oder Black Week zu verwenden. Also wenn man die schwarze Woche ausrufen will, dann ist das möglich. Das wäre vom Zeichen her eben unähnlich genug, um jetzt nicht mit der Marke Black Friday zu kollidieren. Allerdings andere Möglichkeiten gibt es da derzeit nicht. Also wenn man sich rechtlich absichern will, ist derzeit kein anderes Mittel möglich, als eine solche Umgehungstaktik zu fahren. Ja, uns erreicht natürlich als Kanzlei immer wieder jetzt in diesen Tagen die Frage von Online-Händlern insbesondere, was droht mir denn da, wenn ich das trotzdem verwende, quasi sehenden Auges. Da muss man ganz klar sagen, die häufig zitierte Abmahnwelle in dem Bereich, die können wir noch nicht sehen. Also dass es hier massenhaft zur Abmahnung gekommen ist, zumindest in unserem Kenntnisstand, ist das nicht der Fall. Allerdings haben wir in den letzten Tagen schon mehrfach Schreiben weitergeleitet bekommen von Mandanten von uns, wo eben die Black Friday GmbH auch kleinere Marktheilnehmer quasi darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie ja Markeninhaberinnen seien und denen wurde dann quasi in zwei Optionen eine Lizenzierung der Marke nahegelegt und angeboten, natürlich gegen entsprechende Lizenzgebühr. Das mag quasi die Vorstufe sein zu einem hier nach dann drohenden rechtlichen Verfahren. Das würde wiederum aller Wahrscheinlichkeit nach erstmal in einer Abmahnung bestehen. Abmahnung also, mit der ein Unterlassungsanspruch gelten gemacht wird. Darüber hinaus auch direkt die damit einhergehenden Anwaltsgebühren für die Abmahnung, die schon mal im niedrigen vierstelligen Bereich dort durchaus liegen können. Und darüber hinaus aber auch Auskunft, in welchem Umfang denn die Marke jetzt verwendet wurde, um dann nachher auch an Lizenzschaden zu berechnen. Also die rechtlichen Konsequenzen können dann durchaus eklatant sein. Allerdings meinen wir, dass angesichts der unsicheren Registerlage, wo jetzt mehrere Verfahren anhängig sind, die Sache beim BGH erlegt, das Bundespatentgericht schon was gesagt hat, DPMA im Grunde auch schon ganz umfassend die Löschung beschlossen hatte, dass dort es doch relativ unwahrscheinlich ist, dass ein anzurufendes Gericht, was also über eine Abmahnung zu entscheiden hätte, auf die eben keine Unterlassungserklärung abgegeben wurde, dass ein solches Gericht das Verfahren wahrscheinlich erstmal aussetzen wird, bis es denn zu einer Entscheidung durch den BGH gekommen ist. Neben dem Verfahren beim BGH ist wohl auch derzeit ein Verfahren von dem Landgericht in Berlin anhängig, in dem es um die Löschungsreife der Marke Black Friday geht und zwar wegen Nichtbenutzung. Wie ihr wisst, muss eine Marke spätestens nach Ablauf von fünf Jahren nach Anmeldung auch geltungserhaltend genutzt werden. Und da die Marke Black Friday eben sehr umfassend für alle möglichen Waren und Dienstleistungen angemeldet wurde, ist es durchaus fraglich, ob die Markeninhaberin oder aber Lizenznehmerin von ihr die Marke entsprechend auch geltungserhaltend genutzt haben. Also es kann auch sein, dass über den Wege dann nachher eine Löschung herbeigeführt wird. Worauf es nachher gestützt wird, mag den Markteilnehmern egal sein, ob nun wegen nicht geltungserhaltender Nutzung oder aber wegen Verletzung absoluter Schutzhindernisse. Aber beide Entscheidungen lassen auf sich wahren. Wie ihr hier gemerkt habt, die Lage ist relativ unübersichtlich. Ich hoffe, ich habe ein wenig Klarheit da reinbringen können. Wenn ihr noch Fragen habt, meldet euch bei uns. Wenn ihr ein Schreiben der Black Friday GmbH erhalten habt, dann meldet euch auch bei uns. Wenn ihr eine Werbekampagne jetzt auf den letzten Metern noch plant, könnt ihr euch auch gerne an uns wenden, damit wir vielleicht mal gucken, welche anderen alternativen Bezeichnungen ihr da reinen Gewissens verwenden könnt. Oder aber, wenn ihr genauer wissen wollt, wie denn das Risiko jetzt für euch im konkreten Fall aussieht, wenn ihr da die Begrifflichkeit Black Friday doch verwenden wollt.